Start! Startschuss zum Rennen über 55 Kilometer in Tannheim. 170 Teilnehmer stellten sich am Sonntag dieser Herausforderung im Langlauf. Der Wettbewerb im Skating ist der Höhepunkt des 18. Skitrails im Tannheimer Tal. Doch bis die Sportler starten konnten, musste einiges getan werden. Ja, das Wetter grundsätzlich, also wir haben in der vergangenen Woche drei Tage Schnee geführt, dass wir die Leute noch wirklich top beieinander haben. Das war dann auch so. Dann ist ja in der Nacht auf Samstag Neuschnee dazukommen. Das war gut, weil wir haben am Samstag wirklich ausgezeichnete Bedingungen gehabt. Und jetzt am Sonntag in der Früh nochmal richtig Schnee drauf mit Wind. Und das hat jetzt geheißen, ab vier Uhr Streckendienst raus. Und halt so diese kleinen Windschäden, was wir immer so haben, weil es im Tannheimer Tal dann doch ein bisschen mehr Wind gibt. Und da sind wir jetzt halt fleißig am Arbeiten. Und der Einsatz zeigte Wirkung. Pünktlich um 10 Uhr konnten die Langläufer starten. Der Skitrail ist für jeden offen. Ob Anfänger, Hobbysportler oder Profi. Neben den Rennen stellen die Organisatoren außerdem ein Rahmenprogramm für alle Langlaufinteressierten auf die Beine. Ja, am Freitag und Samstag gibt der Peter Schlickenrieder also Langlaufstunden Tipps. Einmal in der klassischen, einmal in der Skatingtechnik. Und das ist Freitag und Samstag. Und wir haben auch ein breites Kinderprogramm. Freitag Abend haben wir einen Technikparcours gehabt. Und gestern beim Mini-Skitrail waren auch 250 Kinder, die da ums starre Zielgelände gejagt sind. Doch der Höhepunkt des Skitrail-Wochenendes im Tannheimer Tal ist das Rennen über 55 Kilometer Skating. Über Schattwald und Oberjoch bis nach Nesselwengle und wieder zurück absolvieren die Langläufer. Eine kleine Änderung in der Strecke gab es dieses Jahr. Wegen des wenigen Schnees fiel die Abfahrt nach Unterjoch aus. Ja, die 55 Kilometer, das ist ein ordentlicher Riemen. Dazu noch 800 Höhenmeter. Also das ist schon für jeden Langläufer eine richtige Herausforderung. Und da sind ca. 200 Teilnehmer, die sich dieser Herausforderung stellen. Und da wir ja wirklich ein Volkslauf sind, bieten wir auch die 35 Kilometer an. Die ist ein bisschen entspannter, also ohne Oberjoch. Das macht das Ganze schon viel leichter. Ja, der Skitrail bringt mich da her. Ich komme aus der Nähe. Es ist eigentlich jeden Winter ein Fixtermin für mich, weil ich da auch immer mit Langlaufen trainiere. Was mir auch gefällt, ist die Strecke, die ist super schön. Besonders das Teil Oberjoch, Unterjoch, die Ecke dort. Aber auch das ganze Tal, Halmsee und so weiter. Das ist absolut super. Ja, die Herausforderung ist, sich mal mit den guten auch zu messen. Drei Tage lang war Tannheim im Langlauffieber. Jetzt kehrt langsam wieder Ruhe ein. Natürlich nur, bis nächstes Jahr der 19. Skitrail stattfindet. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2021